Hallo, wieder grüßt euch zu einem neuen Video hier aus der Laberecke. Schauen wir uns doch heute mal an das Thema Bosch Flow App, Stärken und Schwächen und vor allem, wo ich die Bosch Flow App ein klein bisschen einsortieren möchte und vor allem, wo ich Wünsche habe, persönlich ich an die App, wahrscheinlich nie passieren wird, schade, aber und vor allem, wo ich auch die Entwicklung gesehen habe, was die App so alles an Stärken und Schwächen hat und wo sie auch aktuell steht, euch mal anschauen mit euch. Deswegen könnt ihr auch nachher schon mal die Kommentare fluten mit euren Gedanken, euren Wünschen, was ihr so ein bisschen von der Bosch Flow App haltet und wo ihr gerne Verbesserungspotenzial sehen würdet. Aber auch zuschreiben bitte in den Kommentaren ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fahrstil, wo fahrt ihr, wann fahrt ihr, wo fahrt ihr, wie viel fahrt ihr, dass wir die Kommentare auch alle ein klein bisschen einordnen können. Stärken und Schwächen der Bosch Flow App. Kleiner Überblick heute oder Überschrift zu dem aktuellen Video. Die Bosch Flow App ist ja mittlerweile jetzt seit über zwei Jahren schon klassisch im Markt und ist ja quasi das, ja, sagen wir mal, Traggelenk vom Bosch Smart System E-Bike System. Wichtig ist, ich brauche, wenn ich Bosch Smart System E-Bikes fahren möchte, keine App, ich kann auch ohne App fahren. Aber wenn ich Smart werden will, ist die Bosch Flow App quasi der Mittelpunkt dieses ganzen Universums. Das hat für mich Vor- und für mich Nachteile und da muss ich wirklich sagen, da finde ich manche Sachen auch nicht so wirklich cool, weil es einfach schöner ginge, wenn es vom Smartphone einfach weggelöst wäre. Aber auch, schauen wir doch mal nach, das ganze Thema Smart werden von E-Bikes im Bosch Universum ist schon eine ganze Zeit alt. Also ich bin dabei seit jetzt fünf Jahren am Bosch Smart Universum, fing ja damals an mit dem Thema Kiox Display, Neon Display, wo man dann eine gewisse Intelligenz ins Display gepackt hat und eine Kommunikation zu einer App mit Bluetooth Kommunikation auch möglich gemacht hat. Dann hat Bosch aber relativ schnell gemerkt, dass die Sache mit dem alten Gen 4 System nahezu unmöglich wurde, das Thema voranzutreiben. Und deswegen haben wir heute ja auch alle das Smart System, wo ja mittlerweile seit den letzten zwei, drei Jahren, kann man jetzt ja schon sagen, sind wir drin im Thema, dass wir jetzt ein smarter System haben, wenn wir eins haben wollen. Aber der Beginn war schon viel früher, nämlich schon im klassischen System. Klar, in diesem klassischen bis Gen 4 System wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel funktionieren, nicht mehr viel laufen, noch mal ein paar Pflegeupdates, aber da kann man von ausgehen. Denn das System wird nach und nach durch das Smart System System ersetzt, wenn es auch noch zu meinem Entsetzen ab und zu in manchen Bikeshops noch genügend Räder gibt mit dem klassischen Antriebskonzept, was vor Smart System war, wobei mittlerweile schon fast drei Jahre das halt im Markt ist. Also, da sind noch ein paar Räder übrig, die werden auch noch verkauft, die kann man ja auch cool fahren, die machen ja auch echt Bock, gar keine Frage. Jetzt gehen wir aber mal rein zum Thema Smart System, nachdem wir schon mal geschaut haben, dass die Anfänge von der ganzen smarten Welt bei Bosch viel früher gelegen sind, nämlich schon vor vier, fünf Jahren. Smart System und die Flow App. Die Flow App steht im Mittelpunkt dieses kompletten Bosch Smart System Universums. Für mich leider, muss ich ganz ehrlich sagen, zu extrem im Mittelpunkt. Da würde ich wünschen, dass die App einfach nur ein Bedienpanel ist, aber nicht unbedingt die Zentrale, wo alles dementsprechend ausrechnet, alles handelt. Da würde ich lieber das Bike ein bisschen in der Performance sehen und nicht immer die App. Ist leider so. Also, wenn ich es wirklich haben möchte, ist die Flow App das Mittelpunkt des Universums. Und natürlich auch für alle Zielgruppen, die ein einziges Rad fahren, mit einem einzigen Smartphone fahren. Eine coole Geschichte. Da macht es Bock und geht auch recht gut. Da sehe ich auch keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Punkt Nummer eins. Thema steht im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Bosch hat sich relativ einfach und auch für mich einen schlangenen Fuß gemacht, nämlich sämtliche rechenleistungsintensiven Aufgaben in das Smartphone zu verlagern, in die App. Klar, da kann man sein Bike dementsprechend auch mit gewissen Ressourcen schmaler gestalten. Ich muss keinen großen Controller im Bike drin haben, sondern ich mache die Intelligenz in die App rein und die ganze Rechenarbeit und die ganze Arbeit macht mein Smartphone. Genau das finde ich schade. Ich glaube, es sind genügend Rechenressourcen übrig geblieben, dass man sagen könnte, ich kann dieses Smart System E-Bike einfach selber smart machen. Und die App ist dann auch wirklich nur noch der Controller zum Bedienen, aber nicht mehr die Logik. Was meine ich da damit? Ja, man muss ganz im Klaren sein, die App muss immer geöffnet sein, wenn ich quasi auch Streckenaufzeichnungen und Co. haben möchte. Und das ist für mich schon mal der größte Punkt, wo ich sage, an der Flow-App ein Contra, es wäre doch cool. Wir haben im Rad drinnen ein Connect-Modul. Da wird eine GPS-Möglichkeit gegeben, dass das Fahrrad auch der Streckenaufzeichnung autark könnte. Das kann übrigens jeder GPS-Tracker, sei es It's My Bike, Parunity und wie sie alle heißen, genauso problemlos. Da muss ich kein Smartphone nebenher laufen lassen. Deswegen war ja mein Wunsch eigentlich und auch mein Hoffnungsgedanke an die Bosch-Welt, wo das Connect-Modul rauskam, dass man die komplette Streckenaufzeichnung und Co. direkt am Fahrrad realisieren kann, ohne dass ich eine App aufmachen muss. Aber ganz wichtig, wenn ich einfach intelligentes Fahrrad haben möchte, muss ich die App aufmachen, muss das Handy am Lenker haben als Zweitgerät quasi oder eine Tasche, also einer greifbaren Bluetooth-Kommunikation. Dann kann man auch erst gewisse Funktionen nutzen, weil die Intelligenz leider komplett in der App liegt und das Fahrrad nur seine aktuellen Live-Daten an die App schickt und die die auch auswerten muss. Das finde ich immer echt blöd, wenn ich gerade Strecken gefahren habe, die ich gerne nochmal auswerten möchte, habe keine aktive App offen gehabt oder habe mal mein Smartphone gerade auch vielleicht mal nicht dabei im Familienpool oder, oder, oder. Dann wurde diese Strecke einfach auch nicht gedreckt, weil das Fahrrad selber da keinerlei smarte Intelligenz hat. Das ist das gleiche Wort, aber egal. Da sehe ich dann immer etwas blöd, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass die App oder die Smart-System-Welt von der App losgelöster wäre und das Fahrrad auch autarker funktionieren würde. Wäre prinzipiell ja möglich, aber leider ist es nicht so. Die Konnektivität zwischen Fahrrad, Bluetooth und Bluetooth-Smartphone ist deutlich besser geworden. Für alle die, die das schon länger verfolgen, wie jetzt ich, wo es seit vier, fünf Jahren Thema dran sind, die auch schon erlebt haben, Nyon-Display, die auch erlebt haben, Kiox-Display, im klassischen noch Gen 4-System, im alten. Dann haben wir alle gewusst, naja gut, die Konnektivität zwischen Bluetooth und Smartphone, die war nicht immer so prickelnd. Auch Thema Abbrüche von der Verbindung zwischen GPS-Datenaufzeichnung und Fahrraddaten. Dann brachte die Tour einfach oft genug ab. Da hatte ich noch einen Strich in der Landschaft drin, wo man halt quasi eine Verbindung machen musste, um die GPS-Tour wieder aufzuzeichnen. Das ist mittlerweile deutlich besser geworden, wobei GPS-Verbindung, die ist noch immer noch nicht ganz so cool in meiner Erfahrung nach. Die Konnektivität zwischen Bluetooth, Smartphone und Fahrrad, die ist eigentlich für mich mittlerweile top. Da habe ich keine großen Ausfälle mehr erlebt. Ausfälle aber im Thema von GPS und Streckenplanung. Es gibt immer wieder in Strecken, die ich habe, immer wieder mal kurz einen Abriss drin, dass die GPS-Daten nicht mehr sauber in der App erfasst werden, obwohl sie in Komoot erfasst werden würden. Das ist immer das Komische an der Geschichte. Wenn ich im Wald bin, unter ein paar Bäumen, habe ich klar keinen Empfang. Aber dann muss ich halt meine App so programmieren, dass gewisse Mechanismen, ich sage jetzt mal nicht KI, einfach auch diese Funktion abfangen und die Strecke sauber weiterführen, weil ich habe immer noch eine Karte im Rücken, die mitläuft. Und Komoot kann es ja irgendwie. Ich weiß nicht, warum da Bosch und die Smart System Welt immer noch nicht ganz so cool dran ist, im Bereich von Streckenaufzeichnung und von GPS, dass es immer noch nicht hundertprozentig läuft. Aber vielleicht haben wir den Punkt noch irgendwann mal erreicht, dass wir auch mal da das sauber haben. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja aktuell die Bosch Flow-App das Navigationszentrum werden möchte, auf diesem Planeten gefüllt. In jedem Update, wo kommt, ist immer Navigation drin. Und immer wieder wird in der Flow-App Navigation gepflegt. Das ist auch so lange cool, gar keine Frage, wenn ich alleine fahre mit meinem eigenen Smartphone und keine Gruppe habe. Weil wir haben nicht nur Bosch Smart System Fahrräder. Und da wäre einfach auch cool, eine Kooperation gehabt zu haben mit Komoot oder anderen Plattformen, die auch für alle anderen Räder offen wären, dass man einfach eine Tour gemeinsam auch teilen kann und nicht nur in seinem persönlichen Bosch-Universum drin ist. Ja, ich weiß, man kann die Touren exportieren, alles cool. Nur das Kartenmaterial, wo dahinter liegt zwischen der Bosch Flow-App und Komoot, unterscheidet sich leider hier im Schwarzwald bei mir relativ stark. In manchen Strecken, die sind gar nicht drin in der Bosch Flow-App, obwohl sie legal sind. Und das Problem ist halt hier im Schwarzwald, da haben wir halt nun mal den Radweg auch im Forstweg drin oder auch mal einen separaten kleinen, sogar legalen Trail, den man mal fahren muss. Und dementsprechend soll das auch im Kartenmaterial drin sein. Deswegen könnt ihr schon mal die Kommentare unten fluten mit euren Erfahrungen zum Thema Navigation, aber auch dazu schreiben in den Kommentaren, wo fahrt ihr, vor allem welche Gegend, städtisch oder ländlich und vor allem, wie viel ihr auch fahrt, dass wir einfach auch mal sehen können, weil eine Tour zu fahren kann gut gehen. Fahre ich 20 Touren, kann sich schon wieder ein ganz anderes Bild geben und auch je nachdem, wo ich dann streckenprofilmäßig unterwegs bin, kann sich da relativ viel verändern. Das ist ein Punkt, den wir schon haben, Thema Navigation und das ist wirklich beim Bosch Smart System Universum für mich eigentlich verbesserungswürdig oder man sagt wirklich, man nimmt sowas raus und lässt es einfach in Komod mitlaufen, was ja problemlos funktioniert. Nur, wir müssen auch alle mal ehrlich sein, wir schreien alle, Navigation am Bosch Smart System ist cool. Nutzen das wirklich alle, die ein Bosch Smart System Fahrrad haben? Ich glaube nicht, aber alle müssen es mitbezahlen, wenn sie ihr Fahrrad kaufen, weil, ganz ehrlich, Softwareentwicklung zahlen wir da alle erstmal mit. Ist ja kein Abo dahinter, sondern das ist ja einfach im Fahrradkauf soweit mit drin. Und deswegen denke ich, soll man auch ein bisschen abwägen von der Bosch-Seite aus, wo liegen Nutzergruppen und was wird wirklich viel verlangt und vor allem haben wir ja noch in der Bosch-Flow-App genügend Baustellen drin, die wir auch mal, oder im ganzen Smart System Universum, die wir dann auch noch ein klein bisschen mal anschauen sollten. Wobei der Eurobike kommt ja in den nächsten paar Monaten, zwei, drei und da können wir mal gucken, was da ins Bosch für den nächsten Keynote raushaut und an Neuigkeiten dann auch wieder um die Ohren haut. Da schauen wir mal nach, was da kommt. Deswegen schon mal ein Abo da lassen, ein Like da lassen. Da passt da auch keine spannenden Folgen rund um die Eurobike und was da uns alles an Neuigkeiten soweit präsentiert wird. Also Navigation für mich so ein Naja-Thema, für mich im Schwarzwald ein bisschen unbrauchbar, weil es halt vom Kartenmaterial einfach nicht mit Kommode deckungsgleich ist und vor allem halt auch die Wege, die ich hier habe, oftmals gar nicht drin sind. Ja, ich weiß, ich kann den Bosch planen, alles schick, alles cool, aber weil ich halt mit Freunden und Brat-Buddies austauschen muss, die jetzt kein Bosch Smart System haben oder noch ein Bosch Alt haben oder auch nochmal einen Shimano-Antrieb oder ein Bio-Bike fahren, soll es auch noch geben. Dementsprechend ist das Navigationsthema für mich beim Bosch Smart System raus. Mein Wunsch wäre halt auch an die Bosch-Welt mit der Flow-App, dass man halt wirklich wiederum deutlich mehr Intelligenz in den Fahrrad verlagert und die App rein im Bedienpanel wird. Das wäre nicht richtig cool, dass man selber entscheiden kann, dass Tourenaufzeichnungen autark funktionieren. GPS-Modul ist ja mit dem Connect-Modul drin. Deswegen wäre es ja möglich, auch Touren autark aufzuzeichnen und ein bisschen Rechenintelligenz in so ein Fahrrad reinzupacken, sehe ich jetzt nicht als große Problematik. Aber ich glaube, da hat sich Bosch wiederum den gesackten Schlangenfuß gemacht und die ganzen Rechenleistung-intensiven Aufgaben ab ins Smartphone. Da hat ja der User schon ein Smartphone gekauft und da können wir ja die Ressourcen von dem Gerät einfach nutzen, was aber auch um Smartphone für Akkuleistung geht. Muss ich ja auch im Klaren sein. Je mehr Daten ich auslagere und dienste auf dem Smartphone während der Fahrt, je mehr Strom brauche ich, sei es GPS, sei es Rechenleistung und, und, und. Deswegen wünschte ich mir gesagt schon mal da deutlich mehr autarkere Fahrräder. Wäre mir wichtig und die App nur noch als, oder als, sagen wir mal, Bedienpanel umentscheiden kann, möchte ich die App haben als Zentrum vom System oder als Bedienpanel und ich habe einfach da ein bisschen mehr Komfort und ich muss nicht drüber nachdenken. Nämlich Punktnummer. Aber was haben wir jetzt irgendwie? Egal, müssen wir auch mal nachgucken. Ich kann in der Bosch Flow App derzeit nur ein einziges Fahrrad verwalten. Klar, ich kann es ab und an melden. Gar keine Frage, schick, weiß ich. Aber, seien wir doch mal ehrlich, wenn ich morgens in die Garage gehe, dann habe ich jetzt meinetwegen zwei Räder. Habe jetzt in meinem Fall ein Mountainbike und ein SUV. Dann nehme ich, wenn es regnet oder das Wetter ein bisschen matschig ist, ein SUV-Bike, weil ich mich einsauen möchte. Nehme, wenn ich mal trockenes Wetter habe und Spaß haben will, das Mountainbike. Mein Smartphone, ich habe im Regelfall keine zwei Smartphones dabei. Manche haben das, ich nicht. Deswegen müsste ich quasi, wenn ich von Rad A auf Rad B umswitche, die App abmelden, frisch anmelden, Bluetooth frisch konnektieren und dann hätte ich erst die Daten wieder möglich, dass ich die aufzeichnen kann. Das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, da sollte Bosch dringend mal ran, bevor das Thema Navigation geht. Thema, dass ich auch mehrere Räder verwalten kann, auch einen Familienpool verwalten kann. Cool, wer auch eine Familienfreigabe sagen kann, ich kann mit einer App-Anmeldung mehrere User bedienen und einen Fahrradpool bedienen, weil oftmals ist es halt einfach so. Ich habe halt in meiner Familiengarage, gehe mal aus, Familie, drei Kinder, dann habe ich mit Sicherheit zwei oder drei E-Bikes von Bosch irgendwann in der Garage stehen. Dann brauche ich auch drei Smartphones, die deckungsgleich zum Fahrrad sind. Wird im Alltag schwierig werden. Deswegen wäre cool, wenn endlich mal in der Bosch Flow App ich mehrere Fahrräder verwalten könnte und oder auch, was richtig cool wäre, ein Familienfreigabe machen könnte, wie es bei Spotify und Co. auch funktioniert, dass ich dann einfach sagen kann, ich kann mit dieser einen App auch den Pool bedienen und mehrere User können den gleichen Pool auch freischalten. Gerade Thema, die ganzen Log-Funktionen, die wir haben drin. Ich kann mit dem Smartphone in der Bosch Flow App auch mein Fahrrad quasi freischalten, dass keine Motorenstützung eingeschaltet wird, also quasi digitaler Schlüssel. Finde ich super cool, die Funktion, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur, ich muss mein Smartphone dabei haben da dafür und genügend auch noch Energie im Smartphone haben, dass ich mein Rad wieder entsperren kann. Funktion ist genial, müsste man aber ein bisschen mehr noch gucken, dass der Nutzerfreundlichkeit einfach stärker wird, weil dann wird das System eigentlich für mich erst rund. Da hakelt es für mich aktuell noch und für mich ist es halt immer wieder so ein Frustfaktor, wenn ich mal nach drei Tagen die App angucke und die Touren die letzten drei Tage nicht aufgezeichnet wurden, weil die App einfach zu war, weil ich einfach gar nicht darauf achten kann, oftmals im Alltag. Ja, ich weiß, ich lese die Kommentare schon wieder, ist doch gar kein Thema. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn ihr viel im Alltag Fahrrad fahrt und es in den Alltag einbaut und macht anstelle vom Auto hin zum E-Bike, dann hat nicht jeder die Möglichkeit und Bock drauf, vor jeder Fahrt die App zu checken. Das ist unmöglich, da sind andere Sachen einfach oftmals im Alltag wichtiger. Fazit. Bosch Flow App und was ich aktuell mir wünschen würde. Wünschen würde wäre ein Punkt ganz wichtig. Mehr Räder in der App, Familienfreigabe für den Familienpool. Ganz, ganz wichtig wäre für mich der Punkt, was vor der Navigation kommen sollte. Smart System, auch mal endlich elektronische Schalten in der breiten Masse rauszubringen, mit SRAM Access, mit Shimano, Di2 und, 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 wäre mega cool. Dass wir einfach da eine breite Masse abdecken und auch mal die Massenschaltungen abdecken. Und nicht zu sagen, man nimmt Nischenschaltungen raus, dass man halt mal was gemacht hat. Schade, würde ich gerne mehr sehen. Das Fahrrad muss einfach autarker sein. Das heißt, die ganze Aufzeit, die ganze Smarte, die ganze Intelligenz, also Smart heißt, müsste man dann einfach halt auch ins Fahrrad verlagern können. Und das Smartphone ist nur noch ein reines Synchronisationsgerät, wo ich meine Daten synken kann. Und dann habe ich meine Daten verfügbar. Aber die werden vom Fahrrad verwaltet. Und das Smartphone ist nur noch das Bedienpanel dazu. Und die Intelligenz und die komplette Struktur, Datenverkehr, Rechenleistung ist im Fahrrad. Würde ich wünschen, dann wäre die ganze Sache noch ein bisschen smarter und noch ein bisschen runder. So wurde es ja auch oftmals schon in den ersten Gedanken, wo man so ein bisschen gemeint hat, Bosch, Smart System kommt raus. So, nein, nicht kommuniziert, aber gefühlt kommuniziert. Es kam raus, dass die App im Mittelpunkt vom ganzen Smart System Universum stehen muss, wenn ich mit dem Smart System dementsprechend smart unterwegs sein will. Wichtig, ich brauche für Smart System keine App, wenn ich das Ganze auch normal fahren möchte. Gar kein Thema. Ich brauche dafür keine App. Ganz wichtig. Abschließend noch ein Wort zum Thema Connect-Modul und Thema GPS-Tracking. Hat mittlerweile jetzt einige Zeit auch erprobt. Wiederum auch ein cooles Feature von der Flow-App. Klappt recht gut, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile sind die Kinderkrankheiten raus. Hatte mir anfangs richtige Probleme damit. Muss man auch mal sagen dürfen. Aber mittlerweile auch das Problem ist mittlerweile gelöst. Finde ich auch ganz charmant, dass es halt in diesem Bosch-Universum mit drin ist. Ich brauche keinen externen Tracker mehr. Wobei, ganz wichtig, der externe GPS-Tracker kann einfach mehr. Priority, It's My Bike, wie sie alle heißen. Da habe ich dann die Möglichkeit, aktives Touren-Tracking und, und, und. Es sind alle GPS-Tracker, die ich im Rad drin habe, ob Bosch in der Flow-App, wenn ich ihn aktiv als GPS-Tracker nutzen möchte, wie auch Priority oder halt auch It's My Bike, Abo-Dienste, die ich im Jahr einmalig bezahlen muss, mit irgendwas um die 40 Euro plus minus, sei es drum, im Preis nicht festnageln. Aber die Dienste muss ich bezahlen, aber nur diesen einzelnen Dienst. Und da würde ich mir wünschen, dass der Bosch, auch wenn sie den Dienst auch kostenpflichtig jetzt schon gemacht haben, des GPS-Trackings, was ich völlig legitim finde, gar keine Frage, aber dass der Winsch auch diese Möglichkeiten bietet, wie es an It's My Bike, Priority und Co. auch bietet, wo ich aktives Tracking habe, und, 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 was einfach cool wäre, was es leider aktuell nicht ist. Ich karte mal unten in die Kommentare rein, was ihr so ein bisschen vom Bosch Smart System und der Flow App haltet, aber auch so schreiben, wie ihr setzt sie ein, wie oft braucht ihr sie, habt ihr auch so kleine Problemchen mit, ach, wir vergessen die App auf und zu zu machen, auch so zu schreiben, je nachdem, wo ihr fahrt, wann ihr fahrt, wie viel ihr fahrt, auch Thema geografisch, städtisch, erländlich, weil dann können wir uns alle aus den Kommentaren auch die Infos rausziehen, die wir brauchen, können sagen, ja, für mich macht Navigation in Bosch Sinn oder auch nicht zum Beispiel, weil wir einfach mehr Transparenz in Kommentaren haben, als nur einen Kommentar zu schreiben. Bei mir geht die Bosch Navigation immer richtig cool, bringt keinem was. Warum? Weil die Rahmenbedingungen in vielen Kommentaren einfach fehlen, finde ich auf YouTube gerade ein ganz klein bisschen schade. Soweit diese Folge. Lasst noch ein kleines Abo, da lasst noch ein Like da und hören wir uns zu den nächsten Tagen mit neuen, coolen Videofolgen. Macht's gut und bis dann. Ciao. Outro